Unser Projekt heißt Physik42. Physik42 ist eine Webseite, mit der man Physikaufgaben lösen kann. Und jetzt erzählt euch der Jan, wie wir auf die Idee gekommen sind. Ja genau, wir haben angelehnt gearbeitet an das Jugend-Hack-Motto mit Code die Welt verbessern. Weil wenn man, wie zum Beispiel ich, Physik-LK gewählt hat, dann ist es eine ziemlich große Hilfe, wenn man eine Webseite hat, die einem nicht nur die Aufgabe anzeigt, sondern auch die dazugehörige Lösung und den Lösungsweg. Und ja, das hat alles so seinen Lauf genommen, nachdem mein Physiklehrer mir letzte Woche gesagt hat, was man alles zu beachten hat, wenn man so eine Aufgabe löst. Das heißt, man geht zuerst hin und sucht sich aus einer Formelsammlung eine allgemeine Formel raus. Danach bildet man eine spezielle Formel. Und dann darf man erst die Zahlen einsetzen und bekommt dann die Lösung raus. Nachdem das immer wieder der gleiche Vorgang ist, kann man das ganz gut mit einem Computer automatisieren, weil der kann halt so Sachen, die immer die gleichen sind, ziemlich gut und ziemlich schnell. Und ja, wie das genau funktioniert, dafür habe ich jetzt auch noch ein paar Folien vorbereitet. Also, wir gehen davon aus, dass ein Durchschnittsschüler dahin geht, der hat jetzt nicht so viel Ahnung. Das heißt, der wird da überhaupt nichts eingeben, sondern der wird erstmal vom Computer gefragt. Was hast du denn gegeben? Und zwar wird der ziemlich genau gefragt, was er denn gegeben hat. Um das jetzt genauer erklären zu können, werde ich einfach mal eine Beispielaufgabe vorlesen, die dann hinterher auch praktisch gelöst wird. Also, wir haben ein Auto, das wiegt eine Tonne. Und das soll in ein Autohaus hochgehoben werden mit Hilfe eines Kranes. So, jetzt befindet sich der neue Platz des Autos allerdings im dritten Stock, zehn Meter höher als vorher. Und die Frage ist, welche Arbeit muss verrichtet werden, damit das Auto in den dritten Stock kommt. So, das heißt, der Schüler wird jetzt nicht gefragt, so, wie ist denn die Aufgabenstellung, weil damit kann der Computer nicht so viel anfangen. Sondern der Schüler wird zum Beispiel gefragt, welche Einheiten gibt es. Und dann kann er in einem Dropdown-Menü auswählen, Gewicht. Und dann wird es ein Eingabefeld geben, wo er dann zum Beispiel eins eingeben kann für eine Tonne. Und im letzten Menü muss er dann noch auswählen, Tonne als Einheit. Und das war es auch schon. Weil dann hat der Computer nämlich alle Informationen, die hat der Benutzer ja, wie hier oben zu sehen ist, dem Computer zurückgegeben. Das wird alles weitergeleitet an das Frontend. Das ist hier oben dann da zu sehen. Und das Frontend ist aber noch nicht in der Lage, das zu verarbeiten, sondern das Frontend ist nur die Anzeige quasi für den Benutzer, die dem alles schön und deutlich darstellt, damit er das auch versteht, was der Computer sagt. Das Frontend ist aber in der Lage, mit dem Backend zu kommunizieren. Und das Backend ist das, was am Ende auch quasi die Magie macht, auf die wir jetzt nicht näher eingehen können, also quasi die Aufgabe zu lösen. Das heißt, das Frontend gibt die Informationen, wie gesagt, an das Backend weiter. Und wenn das Backend die Informationen hat, dann ist es, obwohl es quasi die Hauptrechnung übernimmt, immer noch nicht ganz in der Lage, die zu lösen, weil es fehlt ja noch die Information. Welche Formel soll ich denn benutzen? Das weiß der Schüler natürlich nicht und der Computer weiß es erstmal genauso wenig wie der Schüler. Und deswegen geht das Backend hin und fragt eine Formelsammlung, die wir vorher angelegt haben. Welche Formel brauche ich denn, wenn ich eine Tonne Gewicht auf 10 Meter hoch befördern möchte? Herausbekommen möchte man ja die Einheit Joule für die entsprechende Energie, die aufgewendet werden muss. Okay, dann wird also die Formelsammlung durchsucht und heraus kommt dann die Formel. Die Formelsammlung gibt die Formel wieder zurück an das Backend und jetzt hat das Backend alle Informationen, die es braucht, um diese Aufgabe zu lösen. Das heißt, die Daten, die vorher von dem Frontend bekommen wurden, die werden jetzt in die Formel eingesetzt. Und dann muss nicht mehr gemacht werden, außer das auszurechnen. Und wenn das ausgerechnet ist, dann wird es wieder zurückgegeben an das Frontend und das Frontend kann alles dann dem User schön servieren. Wie gesagt, mit Lösungsweg. Ja, und wie das genau aussieht, das zeigt der Maximilian jetzt anhand der Website, die wir auch jetzt zum Glück noch fertig bekommen haben. Ja, also hier sehen wir erstmal die Website, die wir erstellt haben. Da kann man erstmal verschiedene Themen der Physik auswählen, wie zum Beispiel Mechanik, Optik oder Quantenphysik. Wenn wir dann zum Beispiel mal auf Mechanik drücken, dann kann man zum Beispiel hier eine Tabelle sehen, wo man verschiedene Daten eingeben kann. Dann zum Beispiel, was vorher gesucht, also was vorher vorhanden war, zum Beispiel hier als potenzielle Energie in Joule. Und zum Beispiel haben wir jetzt im Moment auch noch, was nachher dann am Ende rauskommt. Ja, das wird dann hier kurz noch eingegeben. Und in der nächsten Folie kann man dann einfach sehen, was noch gesucht wird. Genau, das ist jetzt die Seite, was ist gesucht. Hier trägt man die gesuchten Daten ein. Ein Typ Energie. Die Art ist Arbeit. Und die Einheit Joule. Weiter geht's. Und jetzt schon die letzte Folie oder die letzte Seite. Hier wird das Ergebnis einmal gezeigt. Erstmal werden nochmal alle Daten aufgelistet, die gegeben waren. Die ganzen Daten, die gesucht werden. Dann wird die Rechnung einmal gezeigt. Und dann das fertige Ergebnis, in dem Fall 98,1 Kilojoule. Ja, und das ist tatsächlich auch der Wert, den man benötigt, um das Auto hochzuheben. Danke. Ja, wir sehen uns auch. Danke. c